Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von German Junior TV. Ich habe sie gerade mir vom Feld geschnappt, die Gewinner im Herren Doppel. Sie haben ein ganz knappes Spiel gegen zwei Koreaner gewonnen, Ben Lane und Sean Wendy aus England. Es ist gut, dass Sie hier sein, und gratuliere für Ihre Vigilheit im Kielfinal. Du hast die Nummer 2 Seeds hier im Jonex-German Junior 2015. Ben, was waren Ihre Erwartungen vor dem Turnamen? Ich denke, wir werden einfach ins Tournament kommen und versuchen, unser Bestes zu spielen. Wir werden nichts erwartet. Das bedeutet nichts, denn einige Asioren, die hier aufkommen, sind unseeded und sie werden die ersten Räume auskennen. Wir sind einfach ins Tournament und versuchen, unser Bestes zu spielen. Sean, du hattest einige wirklich guten und starken Gegner aus der Karriere in den Kielfinalen. Du hast nur in zwei Strait-Games gewonnen. Wie hast du das gemacht? Ich denke, dass mein und Ben das Spiel so gut spielen, dass sie in Asiens-Style spielen. Wir lieben hart auf uns, und wir können die Gäste gut finden. Das ist so, dass wir den ersten sehr schnell gewonnen haben, weil sie nicht wussten, was passiert. Und dann auf der zweiten war sie ein bisschen mehr dran. Es war also ein bisschen schwer. Aber ich denke, es war eine gute Disziplin. Und auf der zweiten Ende der zweiten kamen wir es durch. Ich bin froh darüber. Es ist besonders die koreanische Defensive. Sie sind einfach unbreakbar. Aber, Ben, Sie haben sie einfach geschehen. Wie hast du das gemacht? Ja. Wir haben ein paar Matchen vor dem Spiel gesehen, und unser Coach sagte, dass sie ziemlich weit nach hinten Wir müssen die Pace verändern. Vielleicht ein paar slow-druppen, ein paar half-smashen und dann ein paar big-smashen. Und wenn man nicht weiß, was kommt, dann ist es immer schwieriger zu kommen. Ich denke, dass sie wirklich nicht wissen, was kommt. Du hattest einige kleine Argumente mit deinen Gegnern. Die koreanische Leute waren in und aus. Wie sahst du das? Ich denke, es war ein bisschen erwartet. Wir haben ihn vor den letzten zwei Wochen gesehen. Wir wissen, was er auf der Korte ist. Aber ich denke, das Schäuze war einfach, um die umpire zu beeinflussen. Das war glücklich nicht. Aber ich denke, das ist etwas, das kann nicht stoppen werden. Ich denke, es wird immer passieren. Aber es ist gut, wenn die umpire ist. Ben, letzte Woche hast du den Dutch Junior gespielt. Und du warst auch in den Qualfinals, aber du hast gewonnen. Aber du hast gewonnen. War es eine große Erschung für dich? Ich denke, für mich und Sean, wir sagen, es war ein Erschung. Wir wollten natürlich ein Erschung. Als wir 3-4 gewonnen haben. Wir glaubten, dass wir ihn können, aber wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen, wie wir hier spielen können. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Wenn wir die Gäste aufbauen können, dann können wir die Gäste aufbauen, welches wir uns sehr gut finden. Die Asien sind immer sehr hart, und sie haben keinen zweiten Stylen. Wenn sie die Gäste aufbauen, dann werden sie die Gäste aufbauen. Sie wissen nicht, was zu tun, wenn sie die Gäste aufbauen. Deswegen haben wir die Gäste aufbauen. Wir halten die Taktik in die Semifinals. Das klingt wie ein Spielplan für heute. Wir wünschen euch alles Gute für die Semifinals. Hoffentlich sehen wir uns morgen in den Finals.